Sikorsky S58 Bayer 1956 Eurocopter SA360C Bayer 1981 Bell 47 G2 Bayer 1968 Auf Wiedersehen in Ötheim Herzlich Willkommen in Bad Friedrichshal B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Auf dem Weg komme ich nachher zurück. Und hier geht es weiter. Rechts am Kanal runter. Oben gibt es einen Weg. Auf dem Damm. Und hier wird am Kohärent ein Biotop gebaut. Gerade in Graureiher. Und hier geht es weiter. Der Trebe war vor kurzem die Straße gesperrt und dann haben sie einen Bagger da runter gefahren. Der ist durch den Kocher gefahren und hat hier weiter gemacht. Ich habe dem Hund nicht gesagt, dass er das machen soll. Das macht er freiwillig. Das Wasser fließt oben rein und hier wieder raus. Da drüben gibt es noch ein paar Teiche. Beim Geländer ist das neue. Drüben ist der Kocherdamm. Der Kanaldamm. Noch ein kleinerer Tümpel. Der Kanaldamm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist wohl ein Sumpfgebiet Da vorne, das ist der Medikos-Gebäude, da geht es über die Brücke und dann zurück Hier wird ein Wiesi-Regentank vergraben 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 Hier wird ein Wiesi-Regentank Vielen Dank. Vielen Dank. Der Wohnwagenfriedhof vom Sperrfechtercamping. Ein Solarfeld. Macht aber heute nicht sehr viel Ertrag, vermute ich. Ein Solarfeld. 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 Und ein Mühle. Ein Solarfeld. 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 Ein Solarfeld.